so liebe leute weiter geht heute mit fifa und dem nächsten spiel gegen hannover 96 so august 21 das heißt wir haben doch das spiel hannover und dann haben wir die absolute deadline also ich denke mal der kader der steht so weit dass ich jetzt nicht immer noch spieler holen müssen aber da möchte ich gerade eigentlich nicht drauf eingehen frage mit ja was die frage ist ob ich aber geben soll also wo ich lab möchte sollte definitiv nicht gehen ich habe behalte ich auch so eigentlich passt soweit der kala so kurz mal über simulieren noch schnell die frage ist aber kommen würde habe ich max meyer zurückholen könnte so ich bin ja auch wieder in köln transferzentrale vermerken können so die frage ist aber kommen würde vom breit von der summe vom links her ich weiß nicht wieviel transfer biete ich noch ab insgesamt wollte ich noch mal gucken naja 2,2,2,2 irgendwas hab ich noch warte mal wen könnt ihr denn den club noch verlassen transferzimmer anbieten ich hoffe dass ich dass ich sagen kann 2,2 ob sie da jetzt im interesse dran hätten der wird wahrscheinlich eh sagen das ist mir zu wenig definitiv ja das war ja fast klar ok dann brauchen wir da gar nicht mal nachzudenken das war nun mal einfach eine blöde idee einfach versucht wer hat so wir sind auf der jahr in berlin immer noch und weil natürlich da hier aufsteigen sind wir da mit dem punkt dabei genauso wie die nummer dresden die als aktuell dritter ja 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 ich habe mir das spiel handel sich auf so 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 der spieltermin okay nichts dramatisches wir müssen sich spielen das spiel spiel 5 so genau da gehe ich sogar starke ich die spieler deswegen gerne alles gut dann mal ich in seiner dann wird definitiv so dann gehen wir mal rein so ok start los geht's denn in den letzten drei spielen konnte er vier toren trifft er heute auch wieder jetzt erleben wir es live bei sports herzlich willkommen in der hd arena liebe zuschauer wir begrüßen sie zu dieser partie ihre kommentatoren heute wieder wolfhus und frank buschmann und auf dem programm steht heute ein spiel aus der zweiten bundesliga 96 gegen schalke 04 wichtige liga partie für beide seiten wolf beide wollen heute überzeugen wollen bestleistung abrufen und dann gucken wir mal wer das auf dem rasen besser umsetzen kann sie werden ja heute selbstbewusst auftreten in dieser auswärtspartie schließlich sind sie das treffsicherste team der liga und das ist natürlich für diese partie jede menge selbstvertrauen die nummer neun Hendrik Waldand und mit der nummer 17 Mavi Deutsch So der weitere Niemens von Hannover den habe ich bei FM21 mir geholt zum HSV und äh da trifft er momentan auch wie er will also das ist ganz schlechter Transfer der ja neuner der 96er und so gehen es die Hannoveraner an so bei ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute ne und das mit einer Raute im Mittelfeld links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive Tagert ist das hier so von die anfangsformation der Schalker ehemaligen Bayernspieler oder auch ehemalige 96er so auf geht's in Hannover Spieltag Nummer 5 los geht's die Aufgabe da dran zu bleiben um an Union und für Hannover so ein bisschen wegzuhalten aber wie gesagt erstmal unsere Aufgaben lösen das wo ich hier auf andere gucke wie unser Ziel ist das Hauptziel ist es eigentlich an Union dran zu sein und dann die erste Chance für die 96er ja passt der Rösser ja ich habe es hatte nicht einander ich habe gesehen dass da oben rechts einer mitgelaufen aber demnächst das habe ich nicht auf Position gebracht die Gastgeber das ist ein richtig gutes Konterthema absolut Wolf haben sie uns ja schon oft gezeigt von dem siehst du manchmal überhaupt nichts und dann auch Hannover probiert es mit einer Situation die nächste und das ist nicht auch eins zu nur von der Position hier lässt da zwei Mann stehen und haut ab Ding am langen fast vorbei die zweite größere Chance Hannover hätten sie durchaus auch in Führung gehen können aber für uns ist unser Glück natürlich dass es nicht getan haben ach der Pimpas ja das ist gerade so ein bisschen klar 96 will mit hoch für die wären sie sehr sehr wichtig aber wie gesagt wie spiel ich denn da raus vor allem ich schenke den gerade mal aus meinem einen auf eine Ecke 15. Minute ich komme den 16er ganz stark auf der Linie den Kopfball hat er uiuiuiui das könnte ja noch anders ausgehen können und dann der Ballverlust von Bujala da blocken sie den Ball also ich krieg gerade jetzt momentan ich da keinen Zugriff finden die nächste blöde Fehlpass jetzt geht's jetzt aber der eher der Gubilanski jetzt mal versucht es ein bisschen h bei gewinnen hätte gefährlich werden können also für uns wäre eine Niederlage oder jetzt nun entschieden wäre eigentlich schon fast es würde ja schon bedeutet dass wir wieder ordentlich minimum vier punkte richtung unionen hatten aber erst mal 96 wieder mit der nächsten dicke chance dass ich dir vorbeigekriegt habe da auf einem anderen platz ist der tor gefallen ich gehe kurz ab im studio wir haben hier das erste tor für den ersten fc union ja super tor 1 0 union im parallel spiel und hier stehen hier noch nütze die ecke kommt und ist das wie verletzungen des halloveraners frage das ist ein verteidiger glaube ich und dann kannst du den kaum besser machen schade also wie gesagt und diese 13 0 sieg im rücken sollte eigentlich faktorisiert sein und forsten ich glaube ich habe gerechnet dass er durchgeht aber er posten verändert die unsere führung ja letztes spiel gab es dieses 3 0 gegen jan regensburg das was was auch mit dieser frank und das sind schon 14 minuten wo dieses dinge das 14 minuten schieden waren jetzt haben aber der rote auf dem weg zum tor hat der rote verfolgt und das ist das 1 0 3 minuten 0 zu 1 das ganz gerne sicher hier noch mal diese ja auch am spiel vertreten große freude über diesen führungstreffer zweites saisontor hier hatte heute da auch nicht viel gesehen aber der hat zumindest ein bisschen was mit geholfen der das 1 0 damit vorgearbeitet schön gelöst und dann ist halbzeit und dann führen wir tatsächlich 1 0 obwohl hannover eigentlich so die klackere mannschaft ist muss ich sagen und nach dem späten tor gerade eben sind die fans hier natürlich erst mal bedient ja da war die eigene mannschaft schon in der kabine und das wurde gleich bestraft so 0 1 wie gesagt der halbzeit stand und jetzt geht es gleich weiter mit hat seine nummer zwei hinterher so rein wenn die partie dynamo dresden gegen union und das ist der doppel dritte der liga 0 1 hinten liegt das ist und wir führen jedenfalls mit 1 zu 0 mit der führung im rücken geht es jetzt für schalke also schauen wir mal aber hier die halbste die führung halten können oder sogar ausbauen können wir ja versuchen es gerade natürlich und an dieser doppel passen nach außen ross zu und ich werde exakt verhindert doch dass der in den eckball okay naja kann ich sein der transfer ist fix er wird also bald beim neuen club auflaufen gerede oder atalanta ein toller transfer er bringt ja nicht die qualität könnte jetzt was werden abseits ja okay wenn wir lieber wenn die beiden halt unentschieden spielen würden union da oben und wir unser spiel gewinnen aber wie gesagt das ist ein tor moment ja scheiße neuer spielstand heißen 2 zu 0 gespielt sind 56 minuten vielen dank für dieses update kurz eben das 2 0 von union mit reingekriegt und das abseits und ich sag gerade noch der neuner ist nicht ganz ungewöhnlich ich hab den mal mehr für mann und 20 beim aktuellen fußballer habe ich den vorne drin im sturm und der ist nicht schlecht der junge also wir haben wir sind da auch was war nur vom ersten dicke tor wird auch zurückgefiffen kombi lanski der noch die fast die ecke schafft das zwei wird aber der fand der verteidiger da muss reagieren liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt noch mal mit einer auswechslung versuchen es noch mal ach da wird er weggeblockt matthias versucht mal den noch reiz zu kriegen drücken aber gut die verhalten die verteidigung steht gut der 690 momentan fühlen wir noch eigentlich relativ glücklich muss man so für die box gut gelöst und damit ist der ball weg jetzt wird es gefährlich schöner pass kobe lanski 2 0 2 70 minute leiser simon terror der macht es dann am ende auch noch da kann er nichts machen genau in dem moment kurz vorher legt er den noch mal quer spielstand 2 0 im moment leute für sie die die sie sie so der oder also 2 0 mike franz ja man muss sagen wie gesagt hat du fahrts gar nicht so schlecht gespielt heute die waren eigentlich gut die hatten die ersten guten chancen da trafen wir den fäusten und dann ging es dann irgendwann nein wer soll diesen pass kriegen weg ist der ball ach scheiße so mal gucken werde ich jetzt gleich auch wechseln jedenfalls weil kabula der möchte unbedingt mal spielen und die kommt jetzt das heißt dreifach wechseln jedenfalls bei uns jetzt kann er sich den ball zum einwurf holen jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende vorstellung das ist ein bisschen und mit der 114 florian flügel neu auf dem feld die 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 tolle zuspielen die vorwärts genau da ist er nicht da der neue rein 3 0 entscheidung da da hat er sich abgesetzt und die verteidigung schlecht aussehen lassen er war einfach zu schnell für sie und versenkt das ding eiskalt und damit müsste das eigentlich durch sein zweites ligator da freut er sich natürlich auch zurück ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr die nummer 23 absolute stille im stadion ja es kommt auch nichts mehr von der nofa von den fans sie haben ja gesagt hatte die haben natürlich extrem viel druck gemacht wenn man wieder das 3 0 ist so hoch aber wie gesagt wir sollten wohl sein ich nehme mal nicht immer wieder punkte ja auch so natürlich mit die ganz ganz wichtig sind so jetzt er kommt da nein kommt da nicht durch schön vorbei gekommen und dann kommt ja noch mal einer dazwischen und passt da auf ach ja sie bleibt dran der 96er da gute aktion jetzt und hannover jetzt noch mal mit einer situation motor und das haben sie sich erarbeitet besser besser als gar immerhin mal 20 wir sehen die wiederholung ja klar immer wieder drauf immer wieder nachgesetzt wir kamen nicht wirklich weg und muss sich der torhüter ärgern 3 1 heißt es also jetzt am ausgang des spiels ändert das wahrscheinlich an den punkte verteidung die fans freuen sich über diesen kosmetischen eingriffen ins ergebnis ja vielleicht ist es auch schon so etwas das feierabend jetzt 3 1 der entstand in hannover auf sie holen hier den knappen sieg setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen wie stark diese mannschaft ist ja das war's liebe leute und ich muss sagen hannover die haben echt wirklich gut gespielt die hatten ihre chancen da auch in führung zu gehen und das muss man einfach mal akzeptieren so die kurze andere geben sie an ringsburg 1001 union gewinnt 2 0 in dresden und wir geben das 3 1 in hannover das heißt wir sind zumindest wieder mit ein bisschen dabei und union leid auf jeden fall zunächst mal dass sie so kurz nach dem abpfiff bei uns sind so ja das würde sagen wir haben noch nicht wir haben definitiv unsere chancen genutzt und muss man so sagen so wir müssen unsere chancen genutzt nicht Ja, leicht war es definitiv nicht. Danke für das Gespräch. Ja. So. Gab wohl da kurz noch eine Interview. Ja klar, der hat gespielt. So. Das heißt jetzt doch die Deadline durchziehen. Gucken wir jetzt noch so kommen wird, ob da jetzt auch was passieren wird. Ja, zwei Punkte, genau. Wollen wir sagen, die haben nämlich alle fünf gewonnen. Wir haben das Unentschieden drin gehabt. In einem Spiel. Das war nicht für mich jetzt. Guck mal, wir wollen es ja. Wir haben ja echt bei uns, das ist ja viel passiert. hier hannover für die sache bei uns ist ziemlich extrem viel passiert heute muss darf tom jagd richtig neu gekommen luka schubert archimera und so diesen alle gegangen wie man so gerade guckt spiel mal lieber die haben alle die clubs verlassen und auch ein paar andere natürlich so wird hat sich noch nicht viel getan auch bei hannover noch nichts getan diese saison muss ja ob da noch irgendwas ist so ja ich denke viel wird sicher jetzt auch nichts mehr bei uns ändern so damit ist die deadline auch durch und dann würde ich fast sagen wir machen feierabend wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten spiel spiel